Die heutige Bitbastelei wieder mit einer kleinen Bastelstunde. Und zwar wird hier reingeschaut. Das ist eine 89er Keytronic und die vergleichen wir ganz einfach mal mit einer aktuellen Tastatur. So fangen wir auch direkt mal mit den Tastaturen an. Hier sehen wir die beiden Prachtstücke. Die obere etwa 1989 Keytronic original. Die untere dürfte etwa 2002 sein. Wenn wir vom Aussehen her schauen, ist ungefähr größenmäßig gleich. Vom Layout her sieht man die Raute-Taste. Die ist ein bisschen an einer anderen Stelle. Die Windows-Tasten sind auf der alten noch nicht drauf. Und ja, die Multimedia-Tasten natürlich, die sind auch nur auf der neuen. Ansonsten, wenn man die Kabel sich anschaut, sieht man direkt aus welcher Zeit es stammt. Hier ist dieses normale dünne Kabelchen in 1,50 m mit PS2-Stecker dran. Im Gegensatz dazu, die alte Tastatur hat diese Spiralkabel. Wenn man es loslässt, ist 2 m und ich glaube, das kann man ein gutes Stück ziehen. Am Ende ist, ja, DIN-Stecker, der war damals aktuell, beziehungsweise mit Adapter kann man es auch an PS2 anschließen. Wenn wir nun die neueren mal rumdrehen, sehen wir stellvertretend für alle neuen Tastaturen eine Schraubenorgie. Also ich habe jetzt keine neueren mehr gesehen, die nicht 1000 Schrauben auf der Rückseite haben. Hingegen die alte Tastatur, keine Schrauben auf der Rückseite. Das einzige, was man hat, ist hier oben eine Aussparung mit zwei kleinen Mikroschaltern, wo man die Funktion ein bisschen einstellen kann. Ansonsten ist die nämlich geklippt und ich hatte die schon offen, deswegen kann ich es jetzt so abnehmen. Man sieht, das ist nur der Rahmen. Die Tasten selber, die sind, wie man sieht, hier nochmal auf einer extra Plastikfolie drauf und oben sieht man die entsprechende Innentastatur aus den Folien. Ja, für die untere schnell noch einen Schraubenzieher und das Ganze mal zerlegen. Hier ist dann die letzte Schraube entfernt, kann man ein bisschen Gewalt anwenden und das Ganze kommt auch auseinander und es raschelt schon verdächtig. Ich versuche mal das Ganze gerade umzudrehen. Man sieht schon hier oben, die Multimedia-Tasten haben sich schon vom Acker gemacht und wenn wir hochheben, ja, Kleinteile, viele, viele Kleinteile. Diese kleinen Gumminoppen hier, das sind die Abstandshalter und die verteilen sich gerade hier fleißig im ganzen Raum. Wenn man jetzt hier von hinten schaut, man sieht, die Tasten sind eingeklappt. Teilweise sind jetzt die Gummiteile noch dran, die versuche ich mal gerade besser abzumachen, sonst liegen die auch noch hier rum. So, wenn wir jetzt schauen, wie gesagt, alles eingeklippt, alles fest. Im Gegensatz dazu, der andere hat man gesehen, ist nur der Rahmen abgegangen, denn die Tasten sitzen auf einer separaten Fläche. Ja, wenn man jetzt hier reinschaut ins Innere, wie ich schon gesagt, sind diese kleinen Plastikhütchen, die sozusagen die Federn für die Tasten darstellen. Das ist also keine mechanische Feder, sondern dieses Plastik drückt die Taste wieder nach oben, wenn man sie runtergedrückt hat. Wie man sieht, die sind alle einzeln, sind alle ziemlich schwammig. Ich zeige gleich an der alten, wie es aussehen kann. Ich habe einen großen Haufen Müll und den machen wir auch besser da draus. So, weg damit. Jetzt sehen wir hier auch die Folie, die eigentliche Tastatur. Um an die bei der oberen ranzukommen, müssen natürlich auch noch die Tasten weg. Die ist hier an diesen Stellen geklippt. Hatte ich auch eben schon offen, deswegen können wir die einfach so abmachen. So, wie man jetzt sieht, man hat dieses Plastikbrett mit den Tasten selber. Bei der anderen Tastatur war das alles im Rahmen mit drin. Man sieht hier oben die LEDs, die sind auf diesem Plastikbrett mit drauf, sind auch nur mit Kontakten befestigt. Das sind die einzigen elektronischen Komponenten. Der ganze Rest dieser Tafel ist komplett passiv, also nur Mechanik. Könnte also auch ohne Probleme gewaschen werden. Beim alten übrigens auch. Dieser Rahmen hier hat keine Elektronik, den könnte man ohne Probleme mal in der Spülmaschine oder ähnliches stellen. So, wenn wir die weg tun, sehen wir hier schon am oberen diese kleinen Noppen. Das ist im Prinzip dasselbe wie unten, nur mit einem Unterschied. Das ist eine komplette Folie, wo alle drauf sind. Nicht irgendwelches Gefummeln mit Einzelteilen, sondern eine komplette Folie. Keine Elektronik drin, kann also gewaschen werden. Die anderen könnten es wahrscheinlich auch, aber ist halt immer so eine Glückssache, ob man am Ende wieder alle Tasten wiederfindet. Darunter befinden sich die Folien bei beiden Tastaturen. Man sieht hier von da oben kommen die Leitungen, verteilen sich über die Folie und hier sind so kleine Kreise. Das sind die eigentlichen Tasten. Oben sieht man sie nicht so sehr. Da sind die Kontakte wesentlich größer als beim unteren. Beim unteren die weißen Punkte und oben die schwarzen sind sozusagen das gleiche. Die Tastatur besteht insgesamt aus drei Folien. Einmal die obere mit den ersten Kontakten. Die ist bei hier oben der alten Tastatur wesentlich größer ausgefallen, diese Kontakte. Hier unten kann man auch das Ganze auseinander nehmen. Allerdings nicht wie oben komplett wegklappen, weil die ist zum Beispiel an einer Stelle verschweißt. Man sieht auch hier diese kleinen Punkte gegenüber den großen Kontakten ist ein kleiner Unterschied. Als nächste Folie kommt so eine kleine Folie mit Löschern. Die halten den Abstand zwischen den beiden Kontakten. Ich denke in der Reflektion sieht man es ganz gut. Oben ist das auch die komplette Folie mit den Löschern. Lässt sich auch so wegklappen. Und das ist dann die untere Folie. Hier drunter kommt nichts mehr. Da sind entsprechend die unteren Kontakte oben ebenfalls vergleichbar. So. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht, wie schon gesagt, oben Kontakte wesentlich größer. Man sieht aber schon hier an den Ecken dieses braune. Das ist mein Problem. Nämlich an der Stelle ist die korrodiert. Was jetzt nach über 20 Jahren auch nicht unbedingt verwunderlich ist. Wenn wir allerdings jetzt auf die neuere Tastatur gucken, die jetzt maximal zehn Jahre vielleicht seit Produktion hinter sich hat. Die ist ja auch überall schon brauner werden. Und vor allen Dingen, wenn wir mal ein bisschen weiter rechts schauen. Da oben am Kabel. An dieser einen Stelle kann man so nicht gut sehen. Moment. So. Jetzt sieht man es ganz gut. Die Leiterbahn ist fast komplett weg. Und das führt dazu, dass die Hälfte der Tastatur überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja. Damit ist die Tastatur im Prinzip reif für einen Schrott. Die obere, die ist zwar wie gesagt an den Ecken ein bisschen angegriffen. Aber sie funktioniert noch. Die Alter hatte ich zwischenzeitlich mal durchgemessen, um zu gucken, was mein Problem ist. Und es war nicht die Korrosion an der Seite wie bei der neueren Tastatur. Sondern schlicht und ergreifend 20 Jahre Dreck. Gut. Das lässt sich relativ schnell mit einem Lappen beseitigen. Hoffe ich zumindest. Und ja. Wir können noch einen kleinen Blick auf die Tastatur-Controller werfen. Wenn wir nämlich hier oben mal schauen. Hier diese Platten bzw. Folien haben wie gesagt eine Verbindung zu einem Hauptplatine. Hier unten ist die rechts mit dieser Metallschiene festgemacht. Ja, das ist alles verschraubt. Aber wenn man von der Seite reinschaut, da kann man sehen, dahinter ist so eine kleine Platine. Die ist ungefähr so lang auch wie die Halterung. Hier oben sieht man, die Platine ist deutlich breiter. Wir haben einen Stecker am Kabel, was beim anderen festgelötet ist, wenn ich mich richtig entsinne. Die Platine ist auch nur eingekleppt. Und wenn wir so rumdrehen. Ja. Man sieht es voll verzint. Hier ist eine CPU drauf. Das ist eine Intel. Ja genau. Intel 8048 ist das. Also ein eigener Mikro-Controller hier drauf. Man sieht die Folienkabel, die sind hier eingekleppt. Links ist noch irgendeine Art Pegelwandler. Und was auch interessant ist, der Quarz, der hier drauf verbaut ist. 6 Megahertz. Das ist, glaube ich, mehr als der PC, an dem die Tastatur am Anfang angeschlossen war. Ja, ansonsten rechts noch diese kleinen Schalter, die wir schon von außen gesehen haben. Mit denen kann man zwischen AT und XT und den ganzen Tastaturarten, die es damals gab, wechseln. Ja, das ganze Zusammenbauen geht ungefähr genauso einfach. Bei der neueren sieht das anders aus. Die neuere ist, wie man hier sieht, verschraubt. Hat den Vorteil, geht nicht so schnell auf. Allerdings auch den Nachteil, wenn man mal was reparieren will, muss man erst die ganzen Schrauben lösen. Was sinnvoller ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, erst mal den Controller von der alten Tastatur wieder einklippen. Die Folien an Ort und Stelle bringen. Das ist relativ einfach, denn die Folien haben hier überall Schlitze, wo diese Halterungen sind. Deswegen können die auch nicht wirklich verrutschen. Bei der neueren hält lediglich diese Folienbefestigung und die kleine Schweißstelle das Ganze in Position. Die Lochfolie ist oben auch in dem Tastatur-Controller-Kabel-Ding da eingeklemmt. Die rutscht also auch so schnell nicht weg. Wenn man nur umblättert, bleibt die an Ort und Stelle. Wenn man nicht zu hastig ist. Wischen wir das Ganze erstmal ein bisschen feucht ab. Sollte nicht zu feucht sein, weil es sonst auch natürlich die Korrosion fördern kann. Die Kontakte selber sollten das eigentlich ohne Probleme aushalten. Die sind relativ stabil. Man sieht hier auf der Folie auch wunderbar an der NumLock-Taste bzw. CapsLock und ScrollLock sind auch so kleine Kontaktflächen. Das heißt, die LEDs, die hier bei oben rechts sind, die könnten auch halt an NumLock, CapsLock bzw. ScrollLock angebracht werden in der Taste. Diese Folie scheint also wohl für mehrere Modelle gedacht gewesen zu sein. Die Lochfolie selber hat eigentlich nirgendwo Kontakte. Das heißt, solange die Löcher frei sind, ist es egal, wenn die ein bisschen dreckig ist. Und die obere Folie sollte man natürlich auch die Kontakte reinigen, wenn es irgendwie dreckig geworden ist. Was sich hierbei nun mal nach 20 Jahren nicht ganz ausschließen lässt. einmal kurz drüber wischen. Das Ganze wie gesagt an diesen Halterungen arretieren. Und dann kann die Plastikfolie auch wieder drauf. Meine hat aber jetzt zwischenzeitlich ein Bad in der Spülmaschine hinter sich. Das Ganze lässt sich auch ohne Probleme an diesen Klammern ausrichten. Man sieht, die Noppen und die Tasten liegen jetzt eins zu eins übereinander. Theoretisch wäre sie so schon nutzbar, aber mit so ein paar Tasten ist das natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, die LEDs sind hier mit drin. Das heißt, hier kann man nicht oder sollte man sie nicht in die Spülmaschine so reinstecken. Aber es ist eigentlich kein Problem, da mal Wasser drüber laufen zu lassen, wenn man nicht unbedingt die LEDs da versenkt. Die ist dann, wie schon gesagt, mit diesen Klammern eingehakt und hält damit auch alle Folien an Ort und Stelle. So, klackt direkt wieder ein. Hier bei diesen älteren Modellen ist das auch kein Problem, wenn man ein bisschen gewalttätiger vorgeht. Die halten es eigentlich aus. Wie man sieht, ich habe erst drei Tasten verloren in 20 Jahren. Das ist bei einigen neueren Tastaturmodellen eher eine Sache von Monaten als von Jahren. Ja, der Rahmen selber, gut, gegen das übliche Computergelb lässt sich nichts machen. Ansonsten abwischen kann nie was schaden. Wer es ganz stylisch haben will, kann das Ganze natürlich auch schön den Tarnfaden lackieren, wie es im Film Hackers gemacht wurde. Ich lasse das lieber, wird oben dann wieder eingehangen, unten mit Clips befestigt. Und dann ist die Tastatur auch schon wieder soweit einsatzbereit.